Arosa Arosa ist eine für den Winter und zunehmend auch den Sommertourismus bekannte Gemeinde in Kanton Graubünden. Sie liegt zuhinterst am Schanfick, dem Tal, das von der Blässe durchflossen wird und sich bis hinab nach Maladers bei Kur erstreckt. Die Gemeinde Arosa hat 2013 mit zahlreichen kleinen Nachbargemeinden fusioniert. Seit Keffreisen, Kastil, Langwies, Lünn, Molines, Pest und St. Peter Pagich zum Gemeindegebiet von Arosa gehören, ist Arosa die flächenmäßig größte Gemeinde in der 2016 entstandenen politischen Region Plessur. Hintergrund der Schanfick, das Tal der Plessur, wurde 756 als Kennavico erstmals urkundlich erwähnt, oberhalb von Langwies war das Gebiet allerdings nur ein kaum zugängliches Wald- und Jagdgebiet. Die Besiedelung des Gebiets des heutigen Arosa begann erst im 12.13.J.DT. Ab ca. 1300 wanderten Weiser von der Weiser Kolonie in Davos über den von Davos her ins Tal des hinteren Schanfick ein und gründeten in Foy, Sapün, Mede-Argen, Langwies und in Arosa-Siedlungen. 1384 wurde in eine Kirche zur Versorgung der verstreut lebenden Bewohnerschaft des Dals gebaut. In den Bündner Wirren wurden die meisten Dörfer im Schanfick niedergebrannt und mussten neu aufgebaut werden. Dank der Weiser Herkunft war das Tal von Arosa stets deutschsprachig, 1530 wurde die Reformation eingeführt. Arosa blieb lange ein wenig bedeutender Weiler, der zum Gemeindegebiet von Davos gehörte und nur über den Streler- oder Durana-Pass erreicht werden konnte. Die Situation veränderte sich, als 1875 eine Straßenverbindung von Kur nach Langwies fertiggestellt wurde, die Straße wurde 1890 bis Arosa weitergeführt. 1877 wurde in Arosa eine erste Pension eingerichtet, mit dem Bau eines Sanatoriums durch den deutschen Arzt Dr. Otto Herwig im Jahr 1888 begann der Aufschwung von Arosa als Höhenkurort. Mit dem Bau der über kühne Viadukte führenden Linie der rittischen Bahn nach Arosa erlebte der Ort starkes Wachstum. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg begann der Niedergang des Kur-Tourismus, der mit der Eröffnung der ersten Skilifte noch vor den Kriegsjahren, dem Bau des Hörnli-Skilifts als längstem Schlepplift der Schweiz und der Umnutzung von Kur- und Sporthotels in der Nachkriegszeit fortgesetzt werden konnte. Mit dem Bau der Seilbahn aufs Arosa-Weißhorn 1956-57 wurde das Skigebiet erweitert, 1963 wurde die kombiniert als Skilift und Sesselbahn nutzbare Anlage aufs Hörnli durch eine Gondelbahn ersetzt. Ein Skilift von Langwies, vorhin war aufgrund der schlechten Zugänglichkeit ein kommerzieller Fehlschlag, dafür konnte endlich 1984 das Skigebiet am Hochwang eröffnet werden. Mit der Verbindung mit dem Skigebiet Lenzerheide stieg die Zahl der nutzbaren Anlagen und Pistenkilometer ab 2013 nochmals stark an. Die wiederholt diskutierten Pläne, die Stadtbahnstrecke in Kur unterirdisch in einen Tunnel zu verlegen, konnte bis heute noch nicht angegangen werden. Mit der Bahn der wird von der metaspurigen Arosa-Bahn der Rhetischen Bahn von Kur aus angefahren. In Kur besteht Anschluss ans Fernverkehrsnetz der SBB. Auf der Straße mit dem Auto gelangt man auf der Autobahn A13 nach Kur, verlässt diese beim Anschluss und gelangt über die Südumfahrung Kur, Plasuerke, SD.Luzi-Straße auf die Arosa-Straßen. Auf der Kantonsstraße 740 nach Arosa ist im Winter auf den teilskurvigen Straßenkilometern Winterausrüstung vorgeschrieben und es kann auch zu Sperrungen kommen. Mobilität Arosa verfügt über zwei Buslinien, die alle Ortsteile regelmäßig miteinander verbinden. Ein Nachtbusangebot besteht ebenfalls. Darüber hinaus stehen ausreichend örtliche Taxes zur Verfügung. Sehenswürdigkeiten Das erste Gotteshaus in Arosa wurde 1493 errichtet und diente bis zu Beginn des 20. J.H.D.T. Als Pfarrkirche, heute wird es für Konzerte, Hochzeiten und nur an hohen Feiertagen für Gottesdienste genutzt. Die Die wurden 1936 gebaut, nachdem die katholische Wohnbevölkerung in Arosa stark zugenommen hatte. Der mit seinen Eichhörnchen, die von den Besuchern gefüttert wurden und heute handsamm sind, wird auch mit Kindern gern besucht. Er beginnt beim Waldhotel Resb, dem Tomeleweg und führt durch den Wald bis zu einem Spielplatz bei der Bushaltestelle Maran. Langwies Die reformierte Kirche in Langwies wurde um 1475 gebaut, nachdem sich Langwies von der Talschaftskirche St. Peter gelöst hatte, auf einer Vorgängerbaute aus dem 14. J.H.D.T. Errichtet und erhielt gegen Ende des 14. J.H.D.T. sein spätgotisches Gewölbe im Kirchenschiff. Von einem gibt sich ein schöner Ausblick auf das Langwieser Viadukt der Kur Arosa, Bahn. St. Peter Die diente lange als Talschaftskirche des Schanfick. Der Kirchturm stammt aus dem 11.12. J.H.D.T. Im Chor fanden sich Fresken aus der Zeit um 1500, die Holzdecke mit Flachschnittserein ist hochgotisch. Lünn In der, einem romanischen Bau aus dem Jahr 1026, wurden 1926 Fresken des Waldensbürgermeisters freigelegt, die im Zusammenhang mit dem Bilderverbot in der Reformation im 16. J.H.D.T. übertüncht worden waren. Kastilli wurde auf einem mittelalterlichen Burghügel errichtet. Der gotische Bau stammt aus dem Jahr 1510, die Holzkanzel aus der Zeit nach dem Bündner Wirren aus 1656. Im Winter Das Skigebiet Arosa, Lenzerheide umfasst insgesamt 43 Liftanlagen, allein schon auf der Arosa-Seite 13 Liftanlagen, und rund 225 Kilometer Pisten. In Arosa ist der Ski-Club Arosa, aus dem einige bekannte Skifahrer hervorgingen, der Eishockey-Club Arosa, Eck Arosa, und der Curling-Club beheimatet. Arosa war Austragungsort verschiedener Ski- und Snowboard-Meisterschaften. Im Sommer rund um Arosa ergeben sich zahllose Möglichkeiten zum Wandern oder Mountainbike-Fahren. Küche Im Restaurant Peking Gleich nebenan gibt es authentische Küche aus China. Feine Spezialitäten, gute Weine und ein warmes Ambiente findet man im Restaurant Gspann in Inna Arosa. Unterkunft Die Gemeinde bietet rund 4'500 Gästebetten in Hotels und weitere 8'000 Gästebetten in Ferienwohnungen. Hotelliste Ausflüge Weißhorn Weißhorn 2653,2 Meter über dem Meeresspiegel Panoramablick Gipfelrestaurant Seilbahn Talstation Vom Bahnhof aus Lasik,4 Meter über dem Meeresspiegel